so damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play For Honor die Story im Co und der Plexiglo ist auch wieder mit dabei Servus wer hat jetzt kurze Pause eingelegt aber wir sind noch drin ist jetzt kurze Pause der Eintrachter zwischen drin 2 2 3 keine Ahnung damit dann müssen sie durch da müssen sie durch so wir sind hier irgendwo in Mürre das müssen aufklären ja stimmt genau wir sollen ja vormarschieren da bin ich mal gespannt so gleich mal auf Normal wie immer Normal nicht auf realistisch oder einfach ich kann dir jetzt schon sagen wir werden mit der Walküre spielen müssen Nein das will ich aber nicht das will ich aber nicht ja da hast du recht Heilandene und das war eine Frau tja das ist eine russische Kugelstoßerin gedobt gut dann würde ich mal sagen hau mal gleich mal rein ich bin mal gespannt ich hab mit der noch nicht gekämpft nicht so wirklich weil Kyra hat ich nur mal eine Runde gemacht und ja ich zwar nix ich kam nicht so klar aber vielleicht können wir uns ja irgendwie einspielen irgendwie wir müssen das irgendwie zu zweit schaffen ja die Opfer von Exekutionen können nicht wiederbelebt werden ach ne echt nicht wenn der Kopf abgeschlagen ist kannst du nicht wieder dran nehmen das geht ja gar nicht da stand gerade irgendwas mit du kannst das Blut und das realistische Fleisch in irgendwas ein und ausschalten kannst du ausschalten ist ja langweilig ja es gibt ja auch welche wo nicht so hart sind ach so natürlich Möhre ein passender Name für diesen schrecklichen Ort man schickte mich um einen Weg zu finden Samurai ok da oben ist was zu angucken die drei Männer wo da hängen den Strand zu erobern war eine Sache Möhre zu durchqueren eine ganz andere ok ich hab mal eins gefunden aber an der Küste gab es nichts zu holen ja der Reichtum der Samurai was kannsteuerung noch ja ich hab nur grad schon mal mich umgeschaut ja ich auch so bevor wir jetzt ins Gefecht gehen ok ok dreimal R1 ist zumindest schon mal eine Kombo ok R2 1 ok R2 R1 R1 ok kämpfst du schon wieder? nö ich tue üben weil bevor ich ins Gefecht reingehe sollte ich ja mal wissen welche Moves sie drauf hat nein jetzt wird er wird spontan gemacht ok gut gucken wir einfach mal hier hoch oder? ok würd ich sagen ja so wie ist es bei denen mit dem Blocken ah ok gut alles kann man halten ja jup ahja R1 R1 R2 ok R2 da ist einer da ist ein Gegner komm her ein Gegner ein Gegner ok ja da ist doch gleich was zum angucken gell äh die drei Männer da ach schon wieder die erste Gruppe Kundschafter die die Wikinger nach Myre schickten kehrte nicht zurück das ist nicht vergisst hier verpasst du alles ja die erste und die zweite Gruppe oh die erste und die zweite da kommt ein Gegner rechts von dir ja ok ok der ist der ist der ist hin ich ich nehm den da ok nehm ich den da ok gut der ist tot ui exekutiert ich grad nicht hier drüben sind hier drüben sind ein paar Töpfchen noch zum zerstören oh 1 von 10 ach du scheiße wie viel wie viele sind das denn auch für die Gegner ja ach ja klar der Kaufpumpe schließen gewollt was auch wie gebunden 6 7 das ist aber sehr ungemütlich hier okay das hab ich gut dann bevor wir dahinter marschieren was wir noch das war davor genau das war davor gucken auch vor Ort müssen wir jungen ist sowas ne ich suche nur grad aber ich sehe noch nichts soll es auch irgendwo 10 Töpfe geben ne ja ich weiß so ein 12 Obachtungsdinger glaub ich ja 12 da kommen die Gegner ich sehe ich sie Gegner ich sehe viele viele Gegner die greift mich gleich an ja ich komme ja ich komme ja ja sehr schön diese ja nicht so ja dies schnell da lebt jemand da lebt jemand echt jetzt jetzt oh oh ach klar Drecksack töten machen wir da die Pike rein ich würd sagen wir kriegen gleich Besuch ja gleich die zweite Welle wen auch immer der Krieger alarmiert hatte ich musste mit ihm reden hier muss noch was geben das gibt's auch auch nicht Feuerflasche ok davon müssen wir kommen ja hier ist nichts hier ist nichts hier ist nichts Miters wo ist was Nothing else Miters hier hast du nicht mal hier ist auch nichts was äh gut sag mal mal da hallo 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 so erstmal den kleinen hallo hallo Okay, der mit 4 hab ich gar nicht gesehen vorher. Da oben ist was. Ja, ich kann doch nicht noch kratschen sehen hier. Ja, ich hab anderen nicht geholt. Okay. Ist tot. Jo. Pass auf, auf einmal das Schild hier. Warte mal, warte mal. Welches Schild? Hier, bei mir. Bei mir, bei mir. Neben der Leiter. Ah ja. Und dann einmal der, der Kopf da oben. Der Steinkopf links. Ach, da oben. Okay, gut. Noch was? Da muss er noch was geben. Da muss, da gibt's, da gibt's, da gibt's doch was. Vielleicht oben im Turm. Ja. Ja, ich geh grad hoch. Seid verflucht, Samurai! Nein. Was denn daten? Speerwurf. Ah ja, Fähigkeit. Okay. Nee, aber hier ist soweit nix mehr. Okay. Glaub ich. Nee. Glaub ich auch nicht. Gut. Befreie ich mal den Kollegen hier. Jo. Hol ihn mal raus aus der Kiste hier. Hol ihn mal raus aus der Kiste hier. Was, wenn wir hier nicht zerbrechen, ich jetzt erst gefunden, gell? Ja, bis jetzt noch nicht so viel. R2, R1, R1. Okay. Da vorne ist einer. Äh, okay, einer. Oh, wir haben ja wieder mal jemanden von unserer Seite. Stimmt ja. Ja. Hier sind ein paar Töpfen. Ja. Jo, ich hab grad doch den... Alright. Hier. Oha. Oh Mann, der kleine da nervt mich. Mich nervt der Dicke hier. Gut, Dicke. Gibt's hier Stacheln? Oha. Ich hab so ein paar Leute in Stacheln schossen. Oha. Hast du mal kommen? Äh, wo bist du? Ganz links. Bin auf dem Weg. Was? Ich freu euch doch mal kurz seine Hilfe, ich weiße. Okay. Die anderen bewegen sich noch nicht. Okay, das ist gut. Oh Mann. Was? Such dir deine eigenen. Hab ich doch. Decks, ich hab bis jetzt einen Typ mal exekutiert. Ich hab schon viele. Ja. So. Ähm, wo waren die Töpfe? Die waren hinten beim Tor, die hab ich selber noch nicht. Ah, du hast sie auch noch nicht. Ah ja, da. Gut. Ähm, das Tor hier ist... Okay, dann darfst du... Mann, warte mal auf da oben. Dann darfst du den nächsten exekutieren. Ja. Naja. Das auch immer was hast. Gucken, ob sich's ergibt. Sag mal so. Da hinten im Wald... Das ist so bestimmt auch... Da war ich auch noch nicht. Da war ich auch nicht. Da geht's da weiter. Ne. Weiß es nicht. Der sieht ziemlich so aus, als würde es vielleicht weitergehen. Ja. Das ist deiner. Der klasse ist ein Du. Der lässt sich ja nicht exekutieren. Ja. Ich guck nochmal hinten bei dem Tor hier. Hier musste noch irgendwas sein. Ah ja. Hier hinten ist, glaub ich, Sackgasse. Ja. Ja, ja, ja. Eine Sackgasse? Glocke da. Ist bestimmt was zum Anglotzen. Möglich, ja. Ich guck mal rein. Ähm. Ich guck mir nicht so aus. Aber hier sind Töpfe. Ja. Die Glocke ist nix zum angucken. Das ist voll verdächtig. Nein. Ist nichts. Schade. Schade. Das Tor hatten wir. Das Tor, äh, das hatten wir ja da vorne. Ja. Gehen wir jetzt hier rum, oder? Oder können wir hier rum gehen? Ganz hinten. Ja, da hinten geht's auch irgendwo zum, zum Zielpunkt, wo wir hin sind. Ah, hier, komm mal her, komm mal her, komm mal her, zu mir. Bin schon auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg. Das Boot auf dem Wasser. Ah. Möhre ist ein verhängnisvoller Ort für eine Armee. Der Sumpf kann ein ganzes Heer verschlingen. Ja. Okay. Die Wege winken und verändern sich. Aber Boote sind auch nicht sicher. Vielleicht weiß einer von denen, wie man zur Stadt kommt. Da ist ein Gegner. Ein Gegner. Ein Gegner. Okay, da geht's weiter. Oh, jetzt bin ich nochmal dran. Zack. Also. Und exekutiert? Ja. Äh, jetzt bleibt die Frage, gehen wir hier durch oder dann noch ganz links, dürfen wir auch nicht vergessen. Wah. Ja, lass mal die erstmal kurz, und geh nochmal ganz links rum. Ganz links rum? Ja. Der hier hinten ging's nämlich noch vorbei quasi. Da hinten. Da sind nämlich auch noch so ein paar kleine Hanselig. Jetzt nix gegen Leute, die Hans heißen. Nicht. Kennen du denn. Da pass' mal an, guck' noch jeden Fall. Ja, sehr gut. Da liegt ein Teil schon. Ja, habe ich. Möhre würde viele Wikinger das Leben kosten, wenn die Kundschaft keinen sicheren Weg zur Stadt vorhanden. Und vermutlich selbst wahr. Möhre. Töpfjell. 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 Töpfjell gehört. War nicht hier direkt. Töpfjell. Töpfjell gehört. Da ist doch noch einer. Komm her. Oha ja. Oha ja. Da hinten. Da hier ist eine Gasse. Das Gasse. Das Gasse. Das Gasse. Alles klar. Ja. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu unseren anderen Kollegen hier. Schauen wir mal was die so. Hey. Aua. Ja. Pieks. Pieks. Da sind Töpfe da vorne auf jeden Fall. Sehr gut. Da ist bestimmt noch was zum Anglotzen. Ach ne. Das wird so ein Bo-Raito. Denkst du dich mal. Okay. Ja komm her. Verdammt. Ich hab gesagt komm her. Ja. 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 Ich will. Ich will bis ins Feuer schubsen. Das muss ich nicht noch machen für die Trophäe. Ja. Ja. Ich auch noch. Ich auch noch. Oh. 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 Hey. Schubs mich nicht. Oh. Oh. Wenn du was hast. Dann komm ich auch. Es geht bis jetzt. Oh. Der ist umgefallen. Komm. Gehts Feuer. Ja. Ja. Er ist tot. Okay. Äh. Wo waren die Töpfe? Hey. Da stand ich doch grad. Auf dem Steg. Der bei dem Haus sah gleich. Ach. Sie. Moin. Was haben sie gesagt? Ich spreche ihre Sprache nicht. Ja. 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 Logisch. Haben wir ein Problem. Tja. Und jetzt. Brauchen wir Karten. Es gibt ein Kloster. Woher weißt du das? Guck mal da rüber. Da drüber ist es. Ja. Die hat so ein breites Kreuz. Da können wir nicht vorbeigucken. Ja. Ja. Schwierig. Warte hier. Ich hole Verstärkung. Warte hier auf uns. Nur noch mal gesagt. Noch mal. Ja. Mit Nachdruck sagt er. Ja. Du bleibst hier. Ach. Scheiß drauf. Du bist doch nur ein Kloster. Hol ich auch schon mal. Das war's? Ne. Es geht weiter. Ja. Aber ich muss noch zurück. Aber du hast die Töpfe nicht. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja wieder voller Beschiss. Oh man. Echt jetzt. Da könnte ich mich wieder beschwinden. Das gibt's doch nicht. Ja das ist doof. Ich hab's geholt. Bestimmt sind wir jetzt auf der Brücke. Vielleicht können wir ja nochmal zurück. Ne hoffentlich. Vielleicht wir uns erst einmal beim Schiff fahren. Schön wär's. Mensch 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 Mensch. Die Ladezeit hier nervt. Ja. Sieht nicht so aus. Ja. Wollte ich auch grad sagen. Voll der Beschiss. Na endlich. Teil. Ich guck trotzdem noch mal mal zurücklaufen kann. Ja. Äh. Ach super. Das ist doch echt kacke. Ähm. Gegen sie nicht. Äh. Naja egal. Muss sowieso noch die ganzen anderen Kram holen. Jo. Ich dachte mir was immer ich brauche ist sicher ganz rumgucken. Das kam mir logisch vor. Gott sei Dank kann man so hundert runterfallen. Das wäre jetzt grad nicht klippelhundert gefallen. Hehehe. Wow. Ist das gut oder böse? Weißt du ja. Böse. Wir sind's jetzt eigentlich gar nicht. Ach. Kommst du denn schon wieder her? Piss dich. Tschüss. Genau das gleiche wollte ich eigentlich auch grad machen. Ach. 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 Ach so im Eifer des Gefechts. Schildrumme. Ich hoffe die haben eine Karte da oben. Mhm. Rückwärts. Dann. Viereck. Ne was? Was soll das denn funktionieren? Ah ja. Okay. Ah okay. Uh. Das ist ja ein mieser Trick. Ja okay. Hier ist übrigens was zum Ankunft. Oh. Jo. Alles gleiche. Ist da was? Was? Er wird bald herausfinden. Er wird bald herausfinden. Geh mal erstmal hier links gucken ob da noch was ist wenn da nix ist gehen und es wird bei uns Kloster rein. Nix. Da ist nix. Interessant. Ich war so ob ich die so verwenden werde. Weiß ich auch nicht aber ist guter Move zum zum Duell vielleicht. Genau. Du. Okay. Wir machen. Wie war das? Ein Schritt zurück. Oh. Ich krieg's da drin. Oh. Ich krieg's da drin. Oh. 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 Oh okay. Fetzt's ganz schön. Machst du den Gegner fertig? Ich versuch's ja. Ich hab nur mich für paar Töpfe. Löst mit dem blöden Scheißstock. Töpfe nicht hab ich schon mal. Und lauten ob ihr da ich sehe dann auch schon die nächsten Töpfe. Komm ich muss jetzt mal ausdauer regenerieren und tot. Komm her. Da. Da geht's weiter denk ich mal. So. Runter. Oh. die Töpfe hier ja hier in der Ecke sind ja auch noch welche da wo ich gerade war so wo waren hier noch welche okay da war noch welche und wenn wir da runter gehen das halt auf der linken Seite dann hier da und dann gehen wir doch mal hier runter diesmal holst du zuerst ja ich geh auch erst ums ja ich häng fest Süweil oh man ich will ich mal der kleine da nervt ein bisschen der kleine der da der wo der grad tot war der wo der grad tot war guck mal hier unten rein hier ist bestimmt für die Samurai ist es entehrend angucken oder zerstören für einen Ritter ist es ein Aktivlade und für Wikinger bedeutet es neue Sklade zu überwachen da kommt der Fettsack da um die Ecke wie viel Hass entsteht wohl allein aus diesem Missverständnis na klar wie viel blockt der denn noch bitteschön Prozent Prozent der die Gitter ohne Scheiß okay und der war gut sehr gut Prozent Wollen wir erst schon mal hochgehen, von oben kommen wir da auch noch mal rein. Ja, gehen wir noch mal rein. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ob der Dicke jetzt auch gekommen wäre, wenn wir jetzt nicht da reingelaufen wären? Die waren ja auch stacheln da oben. Lass uns mal so angucken. Die Figur. Auf dem Grund. Dem alten Kaiser gelang es nicht, während der Katastrophe aus seiner Heimat zu fliehen. Ich weiß nicht, was aussieht worden. Ich weiß nur, dass der neue Kaiser, der hier über diese Stadt herrscht, falsch ist. Hinter dir. Ja. Weg mit. Okay. Gut. Das hitten wir. Da unten ist der Hof. Wir bleiben erst mal kurz. Wir müssen den Turm nach hoch, also das ist dann das Ziel. Ja, das heißt wir können uns hier unten auch noch mal kurz umgucken, weil wir waren ja noch nicht im Hof. Hier ist aber bestimmt noch irgendwas zum angucken. Die Brücke vielleicht, das Wasser hier irgendwo. Irgendein Haus, irgendeine Figur. Vielleicht die Tür hier. Auch nicht. Schade, 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 schade. Schade. Geh hinten. Ähm, grob ich grad. Sehe aber grad nichts. Äh, ich auch nicht. Gut, dann gehen wir erst mal... Ja, gehen wir erst mal kurz hier. Ah, hier sind Töpfe. Töpfchen? Ja. Da ist ein Gegner. Oh. Ach da. Ups. Jetzt hätte ich ihn exekutiert. Ah, hier ist doch was zum angucken. Die Daimio von Myrö behaupten, in Frieden zu leben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr. Sehr super. Okay. Nichts. Ja, hier sieht es jetzt soweit ganz sauber aus. Gut, gehen wir noch was... Kann man irgendwie mal ein Haus oder irgendwas machen? Ja, gell. Aber auch keine von diesen Statuen hier zum Beispiel oder sowas. Oder? Vielleicht aus dem richtigen Blickwinkel? Nee. Gut, gehen wir mal nach Töpfe hier oben. Ja, bin auf dem Weg. Zehn von zehn. Ja, neun von zehn. Das ist noch halt. Das ist noch halt. Das ist noch haltlich auf der Brücke. Ich bin von Exekution. What? Der Schubst mich runter. Man, hey, du warst. Das ist wie feiner runtergeguckt. Nein. Ich habe alles im Griff gehabt. Eija. Gehen wir noch mal ganz nach links. Vielleicht gibt es da noch was mit gucken. Ein Haus vielleicht mal. Ja, vielleicht mal ein Türmchen oder sowas. Hier bei der Glocke vielleicht. Hier unten. Ah, doch, der Wald. Der Wald und die Glocke da. Ja, das sind die letzten beiden. Yeah, wir haben alles Sehnen hier sehen. Jo. Gut. Und alle Topfen. Ja, dann können wir ja nach oben, weil den letzten Topf kriege ich jetzt eh nicht mehr. Und als die Nacht hier reinbrach, war kein Wikinger im Land der Samurai mehr. Aua. Au. Wow. Guck was hin. Guck was hinüber. Ja, ich auch, aber... Ich muss mich beeilen. Zack. Ja, los. Einer ist tot. Knappt. Nein. Ja, ja. Scheiße. Ich habe eine Exekution gebraucht. Ja, zum Heil. Ich habe nämlich fast kein Leben mehr. Ich glaube aber, wir werden beim nächsten Checkpoint nochmal geheilt. Ähm, ging jetzt... Warte mal, wir müssen... Oh, da ist noch einer drin. Schnauze. Mach dich mal. Wow. Ich will dich nicht verletzen. So. Gut, gib... Äh, hinter den. Ja, komm, aber... Nein! Also! Töte sie... Ihn, sie! Töte sie, äh, es in. Äh, äh, es töte es. Genau. Na ja, so hast du zumindest... So hast du zumindest wieder volles Leben. Jo, sollt' ich mal runterschubsen, dann kann ich mich auch nochmal volles Leben. Nee, wenn du mich runterschubsst, dann kannst du mich nicht mehr wiederbeleben. Bist du grad nach unten gelaufen? Ähm, nee, nach oben. Nach oben. Hier ist ein Schokoki. Schokoki. Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, der blockt ganz schön gut. Au. Lass doch mal auf. Oh, ich hab der Ausdauer mehr. Oh. Oh, shit. So, erst mal kurz zurück. Oh, Vorsicht. Ich hab den Falschknopf geteilt. Aber egal. Hat funktioniert. Ich hab's gemerkt. Ich bürne. Burning Man, bürne. Ich wollte eigentlich hier die Gabe wechseln, weißt du, zu, äh, zu der Rage. Hm. Oh, cool. Ey, warte mal, hier ist noch irgendwo einer. Ich hör noch jemanden. Hier ist noch irgendwo jemanden. Da kommt der, oder? Hier muss noch irgendwo eine sein. Nein, die Kiste. Da muss die Kiste öffnen. Ich hab grad noch gegen einen gekämpft. Ich hau. Jetzt nicht mehr. K.A.T. Hinter dir. Autsch. Hm. Na? Oh. Ach, seit wann kann der denn unsere Sprache? Ich muss an Gott sag. Jawohl. Hier ist ein Finger gezeichnet mal. Ja klar, du stehst da rum, oder was? Das war erst der Checkpoint. Ja. Flieh. Okay, wir sollen fliehen. Also flieh wir mal. Flieh wir mal weg. Äh, wir werden verfolgt. Äh, wir werden verfolgt. Im Nachhinein hätte ich mal lieber auf der Stärkung gewartet. Hast du klar? Ja, ich komm klar. Ja, ich komm klar. Das ist gut. Das ist, das ist gut. Oh, komm. Stirb doch endlich. So, bist du schon ganz unten? Ich bin auf der Brücke gerade, ja. Okay, dann komm ich da oder mal das zu. Oh, die schießen hier mit Fallen. Oh, aber nicht gerade wenig. Warte mal, warte mal. Vorsicht. Scheiß schon gut geht. Ich hab gerade kaum einen Pfeil auf den geworfen. Oh, gerade ziemlich. Ja, das ist... Es waren zu viele, wir müssen hier weg. Und eigentlich noch einer. Vorsicht. Usu. Die Stachelung. Ja. Genau. Ja, wir müssen aber, glaube ich, wirklich hier weg. Ewig halten wir das hier nicht durch. Nee, okay, in die Stacheln rein. Gut, nix wie weg hier. Hier, die Mauer runter. Nicht sterben. Nein, nein. Jetzt nicht mehr sterben. Lauf, lauf, lauf. Schneller, schneller, hau uns die kaputt. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ich hatte, was wir brauchten. Einen Weg durch Mühre. Die Stadt wäre unsere. Genau, das ist unsere Stadt. Valkyre an Wetten. Das ist jetzt eine ewig lange Mission. Muss ich zugeben. Ich hab alles gekriegt. Ich nicht. Das war ja auch doof. Das war ich doof. Ich wusste ja nicht, dass wir nicht mehr zurück konnten. Embleme bekommen ohne Ende. Und so. Haben wir auch einen. Gabenausstieg. Ah, ja. Okay, warum nicht? Das ist gut. So, dann schauen wir mal, was in der nächsten Mission noch abgeht. Und dann war's das erst mal. Mit den Vikings. Ja, eine Wikinger-Mission kommt jetzt noch. Kotho. Die Stadt des Kaisers. Kotho. Hoffentlich. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und von einer Streitmacht, die viel zu klein für einen so großen Ort war. Die Stadt war reif für die Plünderung. Aha. Kotho. Eine Streitmacht, die viel zu klein ist für so einen großen Ort. Sehr schön. Da haben wir Wikinger genug Platz. Jo. Gut. Aber wie wir Kotho erobern oder nicht, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.